Hallo alle zusammen. Die Volksrepublik China ist heute jedem ein Begriff. Trotzdem scheint das Wissen über das nach Russland zweitgrößte Land Asiens in der westlichen Welt eher spärlich gestreut. Nicht umsonst besitzen Chinesen einen eigenwilligen Ruf. Gesellschaftliche und politische Gepflogenheiten sorgen nicht selten für Erstaunen und Verwirrung gleichermaßen. Vitale und mächtige Dynastien prägten die kulturelle Entwicklung und teils fremdartig wirkender Verhaltensregeln. Ein kleiner Überblick über fünf interessante Unterschiede zu einem Großteil der restlichen Welt gewährt einen Einblick in das einzigartige Innenleben der chinesischen Seele. Bevölkerungsreichstes Land China galt bereits zur Jahrtausendwende als der bevölkerungsreichste Staat in der Welt. Mit einer Anzahl von 1,3 Milliarden Bürgern ist er Rekordhalter und führte zu einer Reihe kurioser, aber auch notwendiger Entscheidungen auf politischer Ebene. Um eine massenhafte Explosion der Bevölkerung zu unterbinden, durften Paaren nur ein Kind zeugen. Ausnahmeregeln für ethnische Minderheiten oder Partner ohne Geschwister lockerten nach und nach dieses Instrument zur Wachstumskontrolle auf. Im Jahr 2015 ließ die Regierung offiziell die Sperre fallen. Seitdem dürfen ohne Ausnahmegenehmigung gleich zwei Kinder ein Ehepaar beglücken. Trotz der mit 22.133 Kilometern längsten Staatsgrenze der Erde und einer beachtlichen Fläche von 9,5 Millionen Quadratkilometern gehört China zu den am dicht besiedelsten Ländern der Welt. Ungefähr 135 Menschen pro Quadratmeter teilen sich das Land untereinander auf. Deren Verteilung liegt sehr ungleichmäßig vor. Während die Küstenregionen im Osten Chinas mehr als 400 Bewohner pro Quadratkilometer aufweisen, halbiert sich im Herzen der Volksrepublik deren Anzahl. Im Westen herrscht dagegen regelrechte Trostlosigkeit und Ödnis. Nur zehn Menschen auf einen Quadratkilometer haben sich dort angesiedelt. Toiletten in China Chinesen sind hart im Nehmen. Lange Zeit sorgten sie bei Besuchern aus anderen Regionen der Welt für Nasenrümpfen. Grund dafür war ihr laxer Umgang mit der Toilettenhygiene. Der große Umbruch begann mit der Austragung der Olympischen Spiele 2008 auf chinesischem Hoheitsgebiet. Der neue Trend führte zur Ernennung offizieller Beauftragter für die Inspektion und den Ausbau von Toiletten. Allerdings gilt diese Entwicklung noch lange nicht als abgeschlossen. Attraktive Touristenmagneten haben längst umgerüstet, während vor allem in provinziellen Gebieten der Geruch der Vergangenheit immer noch allgegenwärtig in der Luft liegt. Stellvertretend für den chinesischen Archetyp an Klosen Stehtoiletten. In der Hocke verrichten Besucher darauf ihr Geschäft und das meist ohne Sichtschutz zu den direkten Nachbarn. Vor allem für westliche Touristen mit ihren auffälligen Unterschieden gegenüber der einheimischen Bevölkerung kann dies recht schnell unangenehm wirken. Auch Papier zum Entfernen von Kotresten und Seife zum Händewaschen sind eher eine Rarität. Besucher müssen diese wichtigen Utensilien selbst mitbringen. Ausnahmen bilden Touristikzentren, die Reisenden aus aller Welt die klassische Kloschüssel in vertrauter Umgebung anbieten. Partnermangel und Heiratsanzeigen Eine weitere Folge der Ein-Kind-Politik. China leidet an einem eklatenten Frauenmangel. Dieser Missstand macht das weibliche Geschlecht äußerst begehrt. Verzweifelte Männer bemühen sich aufgrund fehlender Gelegenheiten zum Kennenlernen eines Partners per Heiratsanzeige um ihre zukünftige Frau. Eltern einer Tochter nutzen diesen Notstand zu ihrem Vorteil und verlangen für eine Vermählung im Schnitt bis zu 1400 Euro als Mitgift. Abhängig von der Region schwanken die Preise erheblich. Außer dem falschen Männer mit regelmäßigem Einkommen, dem Besitz von Immobilien und Autos um die Gunst der hohlen Weiblichkeit. Meist nur mit mäßigem Erfolg. Rein mathematisch lässt sich das Problem im klassischen Eheverbund kaum lösen. Der Überschuss an 33 Millionen Männern führt automatisch zu einer großen Anzahl an Verlierern in diesem Geschäft. Dennoch hat das Ungleichgewicht auch Nachteile für die Frauen. Erfolgreiche Karriere-Typen gelten als verpönt, da dem Mann die Aufgabe des Unterhaltes zukommt. Dieser Widerspruch feuert die Schieflage daher zusätzlich an. Schönheitsideal auf chinesische Art Der Wunsch nach Schönheit und Ansehen hat seit jeher das Auftreten des Menschen geprägt. Stehen in westlichen Breitengraden aktuell eher der sportliche und gebräunte Typ hoch im Kurs, zeigen sich vor allem Chinesinnen von einer anderen Seite. Bleiche Haut gilt hier als Markenzeichen vornehmer Herkunft und des Wohlstandes. Genährt wird dieses Ideal offensichtlich von nördlicheren Ländern. Große Augen, spitze Nasen und natürlich eine helle Haut sind dort eher die Regel und daher nichts Besonderes. In China kann eine Frau sich mit diesen Attributen deutlich von ihren Konkurrentinnen absetzen. Deshalb bedient ein eigener Markt mit Kosmetika, Kontaktlinsen und chirurgischen Eingriffen die femininen Bedürfnisse. Im Sommer tragen Frauen zu diesem Anlass häufig lange Handschuhe, Mützen oder gar Sonnenschirme mit sich. Ohne diese Kleidungsstücke würde die Sonne ansonsten die mühsam erworbenen hellen Hautpartien rasch wieder bräunen. UV-Lotion mit hohem Lichtschutzfaktor und aufhellende Cremes sind daher äußerst populäre Artikel. Während Frauen schlank und filigran wirken möchten, punkten Männer durch einen stattlichen, vollen Bauch und wohlgenährten Körperbau. Wilde Esskultur Unanständige Laute und Gespräche mit vollem Mund gehören nicht an den Esstisch. Ein echter Chinese weiß darüber etwas völlig anderes zu berichten. Bei Mahlzeiten steht die Kommunikation stets im Vordergrund. Laute Äußerungen und hallendes Lachen stellen nur die Speerspitzen dar. Auch eher unappetitlich erscheinende Geräusche wie Schmatzen oder Aufstoßen gehören hier zum guten Ton untrennbar dazu. Gäste stehen häufig im Fokus besonderer Aufmerksamkeit und erhalten deshalb die besten Stücke. Leere Teller sind nicht gerne gesehen, da ansonsten der Eindruck einer mangelnden Versorgung erweckt würde. Zwar halten auch internationale Tischmanieren vermehrt in der Gastronomie großer Metropolen Einzug, doch das genussvolle Schlürfen von Suppen bleibt davon unangetastet. Typisch für die Esskultur ist der Gebrauch traditioneller Stäbchen zur Nahrungsaufnahme. Schnäuzen am Tisch gilt übrigens als äußerst unhöflich und stellt ein Tabu dar. Runde, drehbare Tischplatten sind in China mit einer klaren Sitzverteilung zwischen Gastgeber, Verwandtschaft und Gästen weit verbreitet. Sogar Saufgelage und das Ausspucken von 10 Resten am Esstisch fallen unter den Verhaltenskodex. Prinzipiell scheint fast alles erlaubt zu sein, was in westlichen Regionen als unangenehm empfunden wird. Das wars auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen klickt auf abonnieren und wir sehen uns bald wieder. Videobeschön. Bis zum nächsten Mal